Hallo, eine neue Woche und ich habe ein neues Thema für euch und diesmal geht es um Fehlerkultur. Beim Sprechen mit Freunden bin ich darauf gekommen, dass man zwar mittlerweile groß die Wärmetrommel für, wir sind jetzt in einer Fehlerkultur, wir dürfen Fehler zugeben, leben, aber wird es oft so gelebt. Vor allem in großen Konzernen, in Management-Ebenen wird das hinaus posant, wie toll es ist, wenn wir Fehler machen, denn es ist jetzt mittlerweile in Ordnung, wir lernen ja daraus. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es tatsächlich schon gelebt wird, zumindest höre ich es oft in meinem Umfeld so, dass das nicht ganz so gelebt wird. Was ich schade finde, denn sind wir uns ehrlich, wir können nur mit Fehlern lernen. Wenn wir nichts probieren würden und wir scheitern dahin und wieder, könnten wir unseren Horizont nicht erweitern. Denken wir kurz zurück in unsere Kindheit. Vielleicht habt ihr das auch hin und wieder gehört, so, Gott macht das nicht, pass auf, was hast du da wieder angestellt, so funktioniert das nicht und all diese Dinge, die prägen uns. Oder in der Schulzeit, in den Schularbeitsheften wurden da die Dinge markiert, die wir toll gemacht haben oder wurden die Dinge markiert, die wir falsch gemacht haben und es war alles voll mit Rotstift. Das heißt, wir werden eigentlich auf Fehler konditioniert, dass es schlimm ist, wenn man einen Fehler macht. Und das lernen wir von klein auf. Und irgendwann, wenn uns dann Fehler passiert, gucken wir uns verstohlen um und hoffen, dass es niemand bemerkt hat. Denn das wird ja nicht gut geheißen in der Gesellschaft. Aber gehen wir noch ein Stück weiter zurück, als wir noch Babys oder Kleinkind waren, wo wir mit unseren Steinen gespielt haben und vielleicht Türme aufgebaut haben. Und dieser ist ständig umgefallen. Und ab dem Moment, wo wir erkannten, weil wir es vielleicht zu schief gebaut haben oder weil wir es vielleicht selber mal umgestoßen haben, weil der Ärmel von der Jacke zu weit schletterte, diese Erkenntnis, diesen Blick, diese Freude, die wir dann hatten, so, ah, an dem lag es, deswegen fiel er um. Das hat uns Freude gemacht. Wir haben die Ursache erkannt. Wir haben gelernt und es war völlig in Ordnung. Denn stellt euch vor, jemand hätte gesagt, wie wir gehen lernten, das ist der falsche Fuß, so geht das nicht, du schaffst das nie, würden wir vielleicht heute alle noch krabbeln. Ja, okay, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber als Baby-Kleinkind waren Fehler wirklich in Ordnung. Und dann wird man älter und älter und Fehler sind nicht mehr in Ordnung. Ich würde uns allen wünschen, dass wir wieder viel mehr Fehler zulassen und zu diesen stehen können und das völlig in Ordnung ist. Dann würden wir, glaube ich, in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Wie geht ihr mit dem um, wenn ihr Fehler macht? Seid ihr da auch verstohlen und versteckt sie? Oder könnt ihr über euch selber lachen? Wie geht ihr oder wie seht ihr es, wenn Mitmenschen Fehler machen? Motiviert ihr sie, weiterzutun? So nach dem Motto, aufstehen, Krone richten und los geht's? Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche euch eine tolle Woche mit den Fehlern, die euch Spaß machen, wenn ihr draufkommt, an was es lag. Ciao, ciao! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020